Wolfgang Bosbach ist jetzt so richtig der Kragen geplatzt, dieses Video wird bereits millionenfach im Internet angeklickt und Grund dafür war eine Aussage von Nancy Faeser, die sich auf die Essener Tafel bezog, die mittlerweile einen Aufnahmestopp verhängt hat, weil sie vollkommen durch den Flüchtlingszustrom überlastet ist und diese Kritik von Nancy Faeser ist Bosbach so richtig sauer aufgestoßen und daher hat er jetzt mit ihr abgerechnet. Sehen Sie es selbst. Um die Entscheidung der Essener Tafel gibt es immer wieder heftigen Streit. Die Vorwürfe reichen ja bis hin zu Rassismus. Was halten Sie von der Entscheidung der Essener Tafel? Ausmaß und Heftigkeit der Kritik stehen in überhaupt keinem Verhältnis zu der Entscheidung. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja ehrenamtlich unterwegs sind, verfassungsfeindliches Verhalten, Rassismus, Nazimethoden zu unterstellen, ist wirklich komplett abwegig. Die hatten Not in Essen und es bestreitet ja auch niemand, dass es dort erstens einen Verdrängungswettbewerb gegeben hat. Zweitens, dass viele nicht mehr zur Tafel kommen, obwohl sie bedürftig sind, weil sie nicht weggedrängt, weggeschubst werden sollen. Und dann hat man lange überlegt und hat gesagt, für einen begrenzten Zeitraum keine neuen ausländischen Bürger mehr in die Kartei aufnehmen, bis wieder ein ausgewogeneres Verhältnis besteht. Und wenn Sie einfach mal diese prekäre Situation an der Essener Tafel oder der Tafeln in Deutschland allgemein sehen wollen, dann schauen Sie sich einfach mal diese Statistik an, wie enorm der Zustrom ist zu den Tafeln in Deutschland. Hier in den letzten 20 Jahren ist es regelrecht explodiert. Die Zahl hat sich sozusagen mehr als verfünffacht. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer ist denn mittlerweile auf die Tafel angewiesen, wer bezieht dort die Lebensmittel, dann sehen Sie auch, wie mittlerweile die Anzahl von ukrainischen Flüchtlingen in den Tafeln dramatisch zugenommen hat. Hier sehen Sie zum Beispiel, bei 40% der Tafeln sind mittlerweile 50% mehr ukrainische Flüchtlinge und bei 22% sind mittlerweile sogar 100% mehr ukrainische Flüchtlinge. Es heißt sozusagen, die Anzahl der ukrainischen Flüchtlinge bei diesen Tafeln hat sich verdoppelt. Unglaubliche Zahlen und natürlich deutsche Staatsbürger kommen dementsprechend immer kürzer und deswegen hat die Essener Tafel gesagt, wir nehmen nur noch Deutsche auf. Es wird einfach schlichtweg zu viel. Und das in dieser Form zu kritisieren, dann auch mit den Schmierereien an den Fahrzeugen, der Tafel in Essen, das ist wirklich mehr als nur ärgerlich. Das ist der eigentliche Skandal. Als ehemaliger Vorsitzender des Innenausschusses, macht das Ihnen auch ein bisschen Sorge um die innere Sicherheit? Bevor wir uns hier die Antwort von Bosbach ansehen, noch ganz kurz zu den Schmierereien, von denen er gesprochen hat. Hier sehen Sie zum Beispiel, dass die Essener Tafel in der Vergangenheit immer wieder Angriff von Linksautonomen war. Die Fahrzeuge der Essener Tafel werden beschmiert. Hier steht zum Beispiel Nazi und so weiter. Die Essener Tafel ist sozusagen genau im Fadenkreuz dieser Linksautonomen, die behaupten, der Aufnahmestopp, den die Tafel verhängt hat, wäre rassistisch motiviert, was natürlich totaler Blödsinn ist. Ja, das zeigt zumindest, dass das Klima immer rauer wird und mit welchem Tempo heute die Nazikeule herausgeholt wird. Obwohl man doch gesehen hat, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essen mit Nationalismus, mit Rassismus, mit Fremdenfeindlichkeit überhaupt nichts am Hut haben. Sonst hätte es ja gar nicht diese Steigerung innerhalb von zwei Jahren von ehemals 35% Anteil bis zuletzt 75% Anteil geben können. Und wer schon mit ausländischer Nationalität in der Kartei ist, bekommt ja auch weiterhin seine Lebensmittel. Hier haben Sie es gerade eben gehört. Die Essener Tafel hat mittlerweile 75% Ausländer in der Kartei. Das heißt, nur 25% sind letztendlich Deutsche. Und komischerweise, wenn man mal auf die Webseite der Tafeln der Deutschen geht, dann findet man zu dieser Statistik überhaupt nichts. Sie finden zu allen Themen dieser Tafeln Statistiken, die Einnahmen und so weiter. Aber zu der demografischen Entwicklung, wie viel denn Deutsche sind, wie viel denn Ausländer sind, da wird hierzu überhaupt keine Statistik erfasst. Und meiner Meinung nach gibt es auch einen ganz einfachen Grund dafür, wenn die Deutschen davon erfahren würden, wie viel Geld denn mittlerweile nicht mehr an Nichtdeutsche geht, dann wäre hier ein richtiger Aufstand in diesem Land. Das heißt, Hilfe wäre angebracht gewesen. Genau zuhören, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel in Essel sagen, sich die Probleme schildern lassen und dann versuchen zu helfen. Aber doch nicht in dieser Form draufschlagen. Ich kann nur hoffen, dass die nicht aus Enttäuschung jetzt die Arbeit einstellen. Jetzt abgesehen vom Thema Rassismus oder Diskriminierung, haben wir es bei diesem Beispiel mit einer Folge eines Zuzugs von Flüchtlingen zu tun, die die Politik zwar aus humanitären Gründen ermöglicht hat, organisatorisch aber nicht in den Griff bekommt? Also diese Frage, die ist ja auch ein bisschen lächerlich. Natürlich gibt es mittlerweile massive Verteilungskämpfe, gerade eben bei den Bürgern, die eben nicht so viel Geld haben, bei den armen Rentnern, bei den Niedriglohnmitarbeitern und so weiter. Und eben durch diesen enormen Zuzug ist auch die Wohnungssituation mittlerweile enorm dramatisch in Deutschland. Hier sehen Sie zum Beispiel die Mietpreisentwicklung von 2011 bis 2022 in Berlin. Und wir sehen hier, ja ich sage mal, eine etwas leichte Steigerung bis 2015. Und jetzt raten Sie mal einfach, was 2015 passiert ist. Und dann in den nachfolgenden Jahren und ganz besonders im Jahr 2018 bis 2022 und auch heute noch 2024 sind die Mietpreise regelrecht explodiert, weil eben ganz viel Flüchtlinge in diesen Wohnungsmarkt hineindrängen. Es geht hier vor allem um Wohnungen, Einraumwohnungen, Zweiraumwohnungen. Also genau die Wohnungen, die sowieso schon von Bürgern beansprucht werden, die sich keine teureren Mieten leisten können. Aber Herr Kohns, es ist doch klar, wenn in einem Zeitraum von nur zwei Jahren über eine Million Menschen nach Deutschland kommen, die allerallermeisten sind überhaupt nicht in der Lage, ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit abzusichern. Sie bekommen dann Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und die Tafeln bietet dann die Möglichkeit, noch zusätzlich Lebensmittel kostenlos zu bekommen. Dass dann der Andrang größer wird bei den Tafeln, das ist doch klar. Je mehr, in Anführungszeichen, arme Menschen, materiell arm und arm, weil sie vor Krieg oder Bürgerkrieg geflohen sind, je mehr arme Menschen man aufnimmt, desto mehr Arme gibt es in Deutschland, desto mehr werden die Tafeln in Anspruch genommen. Hier kann ich Bosbach wirklich nur zustimmen. Und viele Deutsche sagen ja, wir sind bereit zu helfen, aber das Ganze muss in einem gewissen Maß sein. Es darf nicht zu viel werden. Würden Sie hier zustimmen, geben Sie dem Video doch mal einen Daumen nach oben. Und man erwartet natürlich auch eine gewisse Dankbarkeit. Und wenn man dann solche Artikel liest, wie hier der Fokusartikel, dass viele Ukrainer ganz empört ihre Lebensmittel sogar wegschmeißen, weil die Qualität ihnen eben nicht entsprechend genug ist, dann fässt man sich doch an den Kopf und fragt sich, warum finanzieren wir das Ganze überhaupt? Viele Deutsche wissen doch schon nicht, wie sie über die Runden kommen. Und wer soll das Ganze eigentlich bezahlen? Haben Sie denn persönlich auch schon solche Erfahrungen gemacht? Schreiben Sie es doch mal in die Kommentare. Ich bedanke mich bei Ihnen. Bis bald.